Warum ist dein Outfit das coolste Outfit? Das coolste Outfit, weil wir Weltmeister 2014 werden. Erklärt uns doch mal, warum euer Outfit das coolste ist. Leute, ihr müsst uns wählen, weil wir Deutschlands beste Hasen sind. Also ich finde einfach, dass ich cool aussehe wegen dem Top, meinem Fußball-Haarreifen, mein Trikot. Dann wünsche ich ihr viel Spaß. Warum ist dein Outfit das coolste? Mein Outfit ist das coolste, weil Nummer eins, der Bart ist so flauschig. Das stimmt. Nummer zwei, ich hab einen coolen Cowboy-Hut. Und Nummer drei, ey Mark, wer ist der coolste? Er hat gesagt, du nicht. Ich weiß. Warum ist dein Outfit das beste aus dem Abendessen? Weil es alles natürlich ist. Nummer drei, ich hab einen roten Teppich auf dem roten Teppich einmal zu zeigen, was du da alles an hast. Ja. Nummer drei, ich hab einen roten Teppich auf dem roten Teppich einmal zu zeigen, was du da Was hast du denn da alles dabei? Hör mal. Eine Fahne und mein Staubwedel. Was ist denn an deinem Outfit das coolste? Wenn du... Definitiv der Wedel. Definitiv der Wedel. Ja, dann würde ich sagen, wedelst du mal los? Überrascht. Ich habe eine Angelegenheit. Ich hab mich auf dem anderen Teil des Radichts, den ersten Teppich ebenfalls auf dem Und das ist nicht notwendig.